Abraham Lincoln, 1809 bis 1865. 12. Februar 1809. Die jungen Vereinigten Staaten von Amerika sind im Aufbau. Das Land beginnt am Atlantik und endet in den Appalachen, noch weit vom Mississippi, den Rocky Mountains und dem Pazifik entfernt. Die westliche Grenze der USA verläuft durch Bundesstaaten wie Kentucky. Dahinter ist Wildnis, in die sich nur Indianer und einige wagemutige Forscher und Fallensteller wagen. In diesem Grenzgebiet kommt in einer Holzfütte Abraham Lincoln zur Welt. Sein Vater Thomas ist ein kleiner Farmer, der einer Baptistengemeinde angehört, die sich energisch für die Freiheit des Einzelnen einsetzt und gegen die Sklaverei wendet, die vor allem im Süden der Vereinigten Staaten verbreitet ist. Schon als Kind erlebt der junge Abraham lange Abende mit, bei denen der Vater und seine Freunde gegen das Übel der Sklaverei schimpfen und über eine Welt philosophieren, in der kein Mensch einen anderen besitzen darf und jeder seinen Lebensunterhalt mit seiner eigenen Hände Arbeit verdient. Thomas Lincoln bewirtschaftet seine Felder selbst und erwirbt damit bescheidenen Wohlstand und den Respekt seiner Mitmenschen, die ihn immer wieder auffordern, ein politisches Amt in seiner Gemeinde zu übernehmen. Nach einem Rechtsstreit um Ansprüche auf das Land muss die Familie die Farm in Kentucky verlassen. Abraham ist da gerade sieben Jahre alt. Die Linkens lassen sich schließlich im Bundesstaat Illinois nahe der großen Seen nieder, einem Staat, in dem die Sklavenhaltung verpönt ist. Nur zwei Jahre später stirbt Abrahams Mutter. Der Vater findet schnell eine neue Frau. Sie bringt einen Sohn mit in die Ehe, behandelt Abraham aber wie ihr eigenes Kind. Später schreibt sie, es waren zwei großartige Kinder, aber ich muss gestehen, jetzt wo sie beide tot sind, Abraham war der beste Junge, den ich je sah oder sehen werde. Auf eine Schule geht A.B., wie ihn seine Freunde bald nennen, nur 18 Monate. Das reicht, um Grundzüge des Lesens und Schreibens zu lernen. Den Rest bringt er sich selbst bei. Unermüdlich arbeitet er sich durch Bücher, verschlingt die Bibel ebenso wie die Werke von Shakespeare oder Geschichtsbücher. Die Nachbarn wundern sich oft über den jungen Mann und sein zurückhaltendes Wesen. Anders als seine gleichaltrigen Freunde hat er überhaupt nichts für vermeintlich männliche Beschäftigungen wie Jagen oder Fischen übrig. Ihm ist das Töten von Tieren zuwider. Auch die allgegenwärtigen Kämpfe gegen Indianer in den Grenzgebieten stoßen ihn ab. Doch er ist kein Schwächling. Als er erwachsen wird, ist Abraham Lincoln 1,92 Meter groß und überragt damit seine Mitmenschen deutlich. Der belesene junge Mann erregt allmählich Aufsehen. Nachbarn ermutigen ihn, sich bei der nächsten Wahl für das Landesparlament von Illinois aufstellen zu lassen. Im Wahlkampf engagiert er sich für Verkehrsprojekte. Er will Dampfschifflinien einrichten, um entlang der großen Flüsse Siedlungen aufzubauen, das Land zu erschließen und die Siedler in den entlegenen Gegenden besser versorgen zu können. Das macht Eindruck auf die Wähler. Im Alter von 23 Jahren ist er Abgeordneter. In sein Tagebuch schreibt er, kein anderer Erfolg in meinem Leben hat mir bisher solche Genugtuung verschafft. Die Tätigkeit im Parlament von Illinois ist allerdings nur ein Ehrenamt. Geld verdient Lincoln damit nicht. Deswegen versucht er sich als Geschäftsmann und verschafft sich unter anderem eine Lizenz für den Verkauf von Alkohol. Doch der Schnapsladen wirft nicht allzu viel ab. Und das Alkoholgeschäft ist nicht besonders hoch angesehen. Er hat Angst, dass es seiner politischen Karriere schaden könnte und beginnt mit einem Jura-Selbststudium und wird Anwalt. Er ist überzeugt, dass dieser Beruf einen sozialen Aufstieg für ihn, den Farmersohn, darstellt. Seine Kollegen im Parlament sehen das genauso. Und auch die Wähler honorieren ihn. Bei allen folgenden Wahlen kann er seinen Sitz im Abgeordnetenhaus verteidigen. Zu dieser Zeit macht Abraham Lincoln alles richtig. In der Stadt Springfield wird er Partner in einer respektablen Anwaltskanzlei. Er vertritt unter anderem die aufstrebenden Eisenbahngesellschaften und verdient dabei viel Geld. Sein sicheres Einkommen ermöglicht es ihm schließlich, eine Familie zu gründen. Im Alter von 33 Jahren heiratet er Mary Todd, die aus einer der reichsten Familien Kentuckys stammt. Das Pikante? Die Familie Todd hält eine große Anzahl von Sklaven. Und bei Besuchen der Verwandtschaft in Kentucky sind Blinkens vier Kinder ständig von Sklaven umgeben. Öffentlich jedoch positioniert er sich zunehmend als radikaler Gegner der Sklaverei. So wettert er im Landesparlament, es ist eine Institution, die auf Ungerechtigkeit und einer schlechten Politik beruht. 1846 wird Lincoln für eine Legislaturperiode als Abgeordneter der Republikaner in das amerikanische Repräsentantenhaus geschickt. Er ist dort ein Hinterbänkler ohne großen Einfluss, sorgt aber immer wieder für Aufsehen. Als die USA 1848 gegen Mexiko in den Krieg ziehen, spricht er sich in einer eloquenten Rede gegen den Feldzug aus. Voller Sarkasmus schreibt er über die Ambitionen von Präsident Polk, er will militärischen Ruhm, diesen wundervollen Regenbogen, der nur über Schauern von Blut aufgehen kann. Mit solchen pazifistischen Ansichten macht sich der Anwalt aus Illinois nicht nur Freunde. Immerhin wird der Krieg gegen Mexiko von der breiten Mehrheit der patriotischen Bevölkerung getragen und zahlt sich für die USA aus. Nach dem überwältigenden militärischen Sieg können die Vereinigten Staaten ihr Territorium verdoppeln. Riesige Gebiete wie Arizona und Kalifornien werden erobert. Als Kriegsgegner steht Lincoln das erste Mal in seinem Leben im politischen Abseits. Als er wieder zurück nach Illinois kommt, scheitert er zweimal bei dem Versuch, sich zum Senator wählen zu lassen. Dazu kommen Schulden, da er wegen seines politischen Engagements die Arbeit in der Anwaltskanzlei vernachlässigt hatte. Plötzlich muss die Politik zurückstehen. Alle Energie fließt in den Beruf, in dem er auch schnell wieder Erfolge feiert. Aber die Fälle, die der Anwalt wie am Fließband abarbeitet, zehren an seinen Kräften. Der inzwischen 50-Jährige fühlt sich ausgelaugt. Eine Reise an die Ostküste bringt neue Energie und motiviert ihn dazu, wieder in die Politik einzusteigen. Die nächste Präsidentschaftswahl steht bevor und die Republikaner haben keinen Kandidaten. Einige Parteifreunde aus New York erinnern sich plötzlich an den Anwalt aus Illinois und laden Lincoln ein, in der Stadt zu sprechen. Dieser hat zunächst keine Lust. Doch als man ihm 200 Dollar bietet, lässt er sich überreden. Die Reden sind ein voller Erfolg. Als sich Lincoln in deutlichen Worten gegen die Sklaverei und die drohende Abspaltung der Südstaaten vom Rest der USA wendet, müssen immer größere Hallen gebucht werden, um dem riesigen Interesse gerecht zu werden. Lincoln beschwört die Gefahr für den Zusammenhalt des Landes, wenn die Südstaaten an der Sklaverei festhalten. Ein Haus, das in sich geteilt ist, kann nicht stehen. Ich bin überzeugt, dass unser Land und seine Regierung nicht bestehen können, wenn es zur Hälfte die Sklaverei will und zur anderen Hälfte die Freiheit. Die Union darf sich nicht auflösen. Das Haus darf nicht einstürzen. Die Spaltung muss enden. Applaus Das Publikum im liberalen New York ist begeistert, während man im Süden der Vereinigten Staaten den Kopf schüttelt und Hassbriefe gegen Lincoln schreibt. In der Partei ist man von den Reden überzeugt. Schließlich setzen die Republikaner auf den Zusammenhalt aller Staaten in der Union und sind überzeugt, dass ein Ausscheren des Südens eine Katastrophe wäre, die mit allen Mitteln verhindert werden muss. Plötzlich ist aus dem frustrierten und gescheiterten Möchtegern-Senator der aussichtsreichste Kandidat der Republikaner für das Präsidentenamt geworden. Bei einem Auftritt in einer stürmischen Nacht in New York wollen schließlich 2000 Menschen den Mann aus Illinois hören. Die Rede Lincolns wird wieder ein voller Erfolg. Lincoln gelang es mit seiner Rede, die Zuhörerschaft für zwei Stunden zu fesseln. Anschließend brach im Saal tobender Applaus aus, schreibt einer der Zuhörer. Nach seinen Auftritten in New York beginnt Lincoln den ersten modernen Wahlkampf der USA. Er reist mit der Eisenbahn Kreuz und quer durch die Nordstaaten von Stadt zu Stadt und spricht in Kirchen, Konzertsälen, auf Straßen und Plätzen. Danach setzt er sich in einer Stichwahl gegen einen weiteren Kandidaten durch und geht schließlich offiziell für die Republikaner in das Rennen um die Präsidentschaft. Seine Gegner von den Demokraten haben keine Chance. Ihre Partei ist in der Frage der Sklaverei zerstritten und verschleißt sich in internen Grabenkämpfen. Deswegen wählt die Mehrheit der Amerikaner am 6. November 1860 Abraham Lincoln ins Weiße Haus. Der Sieg Lincolns ist jedoch teuer erkauft. In den Südstaaten sind die Menschen empört. Sie sind überzeugt, das Recht auf ihrer Seite zu haben, auch in der Frage der Sklaverei. Für sie ist der Republikaner Abraham Lincoln als Präsident eine Provokation und der Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen bringt. Schon zuvor waren die Spannungen gewaltig. Denn der Norden lebt vor allem von der Industrie und will sich vor der Konkurrenz aus Europa durch hohe Zölle schützen. Der Süden dagegen hat kaum Fabriken, baut aber auf gewaltigen Plantagen riesige Mengen von Baumwolle, Zucker und Tabak an, die dank des Freihandels in alle Welt exportiert werden. Zollschranken bedrohen diese Ausfuhren und ein Verbot der Sklaverei würde die Gesellschaftsstruktur des Südens völlig zerstören. Die Spaltung ist für viele Südstaatler die einzig mögliche Konsequenz. Elf Bundesstaaten sagen sich von der Union los und gründen die Konföderierten Staaten von Amerika. Ihr Präsident wird Jefferson Davis. Schnell werden die Kasernen der Bundestruppen besetzt, eigene Milizen aufgestellt und bewaffnet. Es kommt zu ersten Gefechten. 1861 beginnt der amerikanische Bürgerkrieg mit einem Kanonenschuss. Im April greifen Truppen des Südens Fort Samter an und zwingen den Kommandanten zur Übergabe der strategisch wichtigen Festung an der Atlantikküste. Präsident Lincoln reagiert und schickt Truppen, um zurückzuschlagen. Im Süden ist man überzeugt, in diesem Krieg gute Chancen zu haben, auch wenn die Zahlen eine andere Sprache sprechen. Der Norden hat dreimal so viele Einwohner und zieht immer mehr Einwanderer an. Außerdem ist dort die Industrie konzentriert. Das heißt, die Union kann in Eigenregie fast unbeschränkt Gewehre, Kanonen, Munition und Uniformen herstellen, während die Konföderierten alles, was sie brauchen, entweder erobern oder kaufen müssen. Zunächst werden sie von England unterstützt. Die Fabriken in Europa benötigen die Baumwolle der Südstaaten und außerdem ist England der Aufstieg der Nordstaaten unheimlich. Es will keinen Konkurrenten mit Großmachtanspruch. Deswegen unterstützt die britische Krone den Süden mit Waffenlieferungen. So scheint der Süden zu Beginn des Krieges vor einem Sieg zu stehen. In den ersten Schlachten treffen die hochmotivierten Milizarmeen des Südens auf eher lustlose und undisziplinierte Truppen des Nordens. Sie dringen bis in Sichtweite des Kapitols vor. Erst direkt an der Stadtgrenze von Washington werden sie gestoppt. Der überzeugte Pazifist Lincoln wird zum Schlachtenlenker. Er treibt seine Generäle an, die Truppen des Südens zurückzuschlagen. In einer gewaltigen Anstrengung wird die US-Industrie auf Kriegswirtschaft umgestellt. Neuartige Waffen wie Maschinengewehre und stählerne, zielgenaue Kanonen wandern an die Front und sorgen dafür, dass die Gefechte in Blutbädern enden. Zwei Jahre lang ringen die beiden Kriegsparteien um jeden noch so winzigen Vorteil, halten sich aber die Waage. Dazu trägt im Süden vor allem der Oberkommandierende General Robert E. Lee bei, der beste Stratege Amerikas. Mit immer neuen Tricks und überraschenden Feldzügen täuscht er immer wieder den materiell weit überlegenen Gegner, der aber durch innenpolitische Reibereien geschwächt ist. Denn nicht alle Generäle sind mit der Kriegführung Linkens zufrieden. Der Präsident hebt einen Teil der Bürgerrechte auf und lässt tausende von kritischen Bürgern einsperren, was zu großen Diskussionen führt und die Moral der Soldaten merklich schwächt. Erst 1863 kommt die Wende. Im Juli treffen die Streitmächte des Südens und des Nordens bei Gettysburg aufeinander, einem zuvor völlig unbekannten Dorf im ländlichen Pennsylvania. Drei Tage lang tobt die Schlacht. Zunächst scheinen die Truppen des Südens im Vorteil zu sein. Nur mit äußerster Anstrengung und unter gewaltigen Verlusten kann die Union einige wenige strategische Punkte halten, bis Verstärkung kommt. General Lee befürchtet schließlich, dass er vom Nachschub abgeschnitten werden könnte und zieht sich in den Süden zurück. Auf dem Schlachtfeld bleiben mehr als 7000 Tote und ungezählte Verwundete zurück. Es soll das letzte Mal sein, dass die Truppen des Südens in den Norden vordringen. Gettysburg bricht den konföderierten Armeen das Rückgrat. Von jetzt an sind sie nur noch auf dem Rückzug und kämpfen zunehmend verzweifelt. Nach der Schlacht von Gettysburg wendet sich der Kriegsverlauf zugunsten des Nordens, was Lincoln durchaus bewusst ist. Er reist zum Schlachtfeld nach Pennsylvania, um bei der Einweihung des Soldatenfriedhofes zu sprechen. Es wird die berühmteste Rede des Präsidenten. Unsere Vorväter gründeten auf diesem Kontinent eine neue Nation. In Freiheit und unter der Prämisse, dass alle Menschen als gleiche erschaffen wurden. Jetzt sind wir in einem gewaltigen Bruderkrieg engagiert, in dem es darum geht, ob eine solche Nation, die sich diesen Zielen gewidmet hat, überleben kann. Wir stehen auf dem gewaltigen Schlachtfeld dieses Krieges und sind gekommen, um einen Teil dieses Feldes denen als letzte Ruhestätte zu widmen, die ihr Leben gegeben haben, damit unsere Nation leben möge. Lincoln verspricht den Vereinigten Staaten nach dem Sieg über den Süden eine Neugeburt in Freiheit. Als er in seiner Rede die Nation auffordert, weiter zu kämpfen, damit das Opfer der tausend Toten nicht umsonst war, bricht immer wieder Applaus aus, wie ein Korrespondent der New York Times notiert. Doch es dauert noch zwei Jahre, bis der Süden kapituliert. Am Ende müssen die Truppen der Konfederierten aufgeben. Sie haben kaum noch Soldaten und Gewehre. Die Truppen kämpfen schon längst nicht mehr in Uniform, sondern in Lumpen. Sie sind völlig demoralisiert. Abraham Lincoln hat seinen Truppen eine Strategie der verbrannten Erde erlaubt. Soldaten des Nordens ziehen plündernd durch den Süden und zerstören Plantagen, Häfen und Städte. Der Süden hat dem nichts mehr entgegenzusetzen. Am 9. April 1865 kapituliert der konfederierte Oberbefehlshaber Robert E. Lee in Virginia und nimmt eine letzte Parade seiner Soldaten ab. Viele von ihnen haben Tränen in den Augen. Fünf Tage später, am Karfreitag des Jahres 1865, ist Washington in Feierstimmung. Nach vier Jahren Krieg und 600.000 Toten ist das Gemetzel vorbei. Der Norden hat gesiegt. Die Menschen strömen erleichtert in die Restaurants, Cafés und in die Oper. Der Präsident selbst, der gerade erst seine zweite Amtszeit angetreten hat, geht mit seiner Frau ins Theater. In der Anonymität seiner Loge will er entspannen, jetzt, nachdem der Druck des Feldherren von ihm abgefallen ist. Nur ein Leibwächter begleitet ihn, schließlich ist der Krieg vorüber. Als der Leibwächter eine Runde durch die Gänge macht, schleicht sich ein Schauspieler in die Präsidentenloge. John Wilkes Booth hat schon zuvor mit anderen Sympathisanten des Südens versucht, Lincoln zu entführen, wenn auch vergeblich. Jetzt sieht er die Chance zur Rache. An einer Stelle des Theaterstückes, an der das Publikum laut zu lachen beginnt, zieht er eine Pistole. Mit einem einzigen Schuss in den Kopf streckt er den völlig überraschten Abraham Lincoln nieder. Im Theater bricht Panik aus. Der Attentäter nutzt die Verwirrung und springt von der Loge auf die Bühne. Dabei bricht er sich ein Bein, kann aber humpelnd entkommen. Doch wenige Tage später wird er von Soldaten gestellt und bei einem kurzen Gefecht erschossen. Abraham Lincoln ist tödlich verwundet. Er erwacht nicht mehr aus dem Koma und stirbt am frühen Morgen des 15. April 1865. Die Nation ist geschockt. Seine Leiche wird in einem Sonderzug nach Illinois gebracht. Überall versammeln sich riesige Menschenmassen, um von dem Mann Abschied zu nehmen, der die Sklaverei abgeschafft und die Nation erhalten hat, wenn auch um den Preis eines blutigen Krieges. Lincoln wird neben dem Gründervater der Nation, George Washington, zum wichtigsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Er gilt als Vorreiter der Bürgerrechtsbewegung und symbolisiert für viele Amerikaner Gerechtigkeit, Unbestechlichkeit und Würde. Unzählige Straßen, Städte und Landkreise werden nach ihm benannt und eines der wichtigsten Denkmale der Hauptstadt Washington ist ihm gewidmet. Otto von Bismarck, 1815 bis 1898 Der Lotse geht von Bord, kommentiert eine Londoner Zeitung die Entlassung des eisernen Kanzlers Otto von Bismarck, als dieser 1890 von der politischen Bühne abtritt und der junge Kaiser Wilhelm II. das Ruder des Staatsschiffes selbst in die Hand nimmt. 23 Jahre lang hatte Bismarck das Deutsche Reich mit aller Strenge und Kraft regiert. Ihm ist letztlich die Einigung Deutschlands zu verdanken und seine Spuren finden sich noch heute zum Beispiel im deutschen Sozialsystem. Am 1. April 1815 kommt Otto Eduard Leopold als viertes Kind von Karl Wilhelm Ferdinand von Bismarck und seiner Frau Luise Wilhelmine in Schönhausen bei Magdeburg zur Welt. Die Kindersterblichkeit ist groß in jenen Jahren. Nur Otto, der fünf Jahre ältere Bruder Bernhard und die zwölf Jahre jüngere Schwester Malwine erreichen das Erwachsenenalter. Vater Karl stammt aus einem alten preußischen Adelsgeschlecht, das seit Jahrhunderten in der Altmark ansässig ist. Die Mutter ist in einer gutbürgerlichen gelehrten Familie aufgewachsen und stark von der liberalen Gesinnung ihrer Eltern geprägt. Als Otto sechs Jahre alt ist, kommt er auf eine Schule nach Berlin. Er genießt eine fundierte, aber strenge Ausbildung, die von preußischer Disziplin und Gehorsam geprägt ist. Nach seinem Schulabschluss 1832 beginnt er in Göttingen Jura zu studieren, doch schon ein Jahr später wechselt er an die Universität in Berlin, wo er 1835 sein erstes Staatsexamen absolviert. Nach einem Referendariat am Königlichen Staatsgericht in Berlin wird der junge Bismarck 1836 als Regierungsreferendar in Aachen vereidigt. Aber die Arbeit macht ihm keinen Spaß. Darüber hinaus leidet er unter Heimweh. So lässt er sich schließlich wegen Unwohlseins beurlauben. Doch als sich die genehmigte Urlaubszeit dem Ende zuneigt, denkt Bismarck gar nicht daran, nach Aachen zurückzukehren, eigenmächtig und ohne seine Arbeitgeber zu informieren, überzieht er seine Ferien, was schließlich zu seiner Entlassung führt. Aber Otto von Bismarck hat Glück. Er kann sein Referendariat in Potsdam fortsetzen, ohne dass ihm durch sein leichtsinniges Verhalten ein Nachteil entsteht. Da die trockene Aktenarbeit ihn aber nach wie vor nicht ausfüllt und er im Laufe der Zeit eine regelrechte Aversion gegen die einengende Bürokratie und den monotonen Rhythmus der Juristerei entwickelt, bricht er bereits sechs Monate später auch in Potsdam seine Ausbildung ab. Stattdessen meldet er sich als einjährig Freiwilliger zum Militärdienst. Als 1839 Bismarcks Mutter stirbt, kehrt er nach Hause zurück und übernimmt zusammen mit seinem Bruder Bernhard die Bewirtschaftung der elterlichen Güter Kniephof, Küls und Jarchelin in Pommern. Nun ist Otto von Bismarck glücklich. Er liebt es, viel Zeit in der Natur zu verbringen, mit Freunden zu feiern und auf die Jagd zu gehen. Schnell erhält er den Beinamen der Wilde. Als nach einigen Jahren der Vater stirbt, zieht Otto nach Schönhausen und übernimmt 1846 die Verwaltung des dortigen Landsitzes. Er verliebt sich in die Gutsbesitzerstochter Johanna von Puttkammer und heiratet sie 1847. Im selben Jahr startet der inzwischen 32 Jahre alte Otto von Bismarck auch seine politische Karriere, Als ein Abgeordneter erkrankt, rückt er als dessen Stellvertreter in den Vereinigten Preußischen Landtag nach. Schnell wird deutlich, dass sich Bismarck voll und ganz seiner preußisch-monarchischen Herkunft verpflichtet fühlt und liberale Tendenzen ihm zuwider sind. Diese Abneigung tut er bei jeder Gelegenheit kund. Wo es geht, verspottet und beschimpft er öffentlich seine politischen Gegner. Regelmäßig rufen seine impulsiven Reden im Landtag lautstarke Proteste hervor. Als sich im April 1848 nach diversen Unruhen im Lande der zweite Vereinigte Preußische Landtag formiert, zieht Bismarck als ordentlicher Abgeordneter dort ein. Schon drei Jahre später, im Juli 1851, geht der ehrgeizige Politiker zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern Marie und Herbert als preußischer Gesandter an den Bundestag nach Frankfurt am Main. Hier verfolgt er das Ziel, die Gleichstellung Preußens mit der Präsidialmacht Österreich zu erreichen. Doch schon bald muss er erkennen, dass die Österreicher kein Interesse daran haben, ihre eigene Vormachtstellung zugunsten der Preußen aufzugeben und stattdessen lieber Bündnisse mit südeuropäischen Staaten schließen. Obwohl er mit seinem politischen Ziel scheitert, profitiert Bismarck von der Frankfurter Zeit. Von den österreichischen Abgeordneten lernt er die Kunst der Diplomatie. Sowohl die Redekunst, die die Schülermetternichs perfekt beherrschen, als auch das Spinnen von Intrigen geht ihm schnell in Fleisch und Blut über. Als er 1859 als Gesandter nach St. Petersburg reist und kurze Zeit später für einige Monate in Paris weilt, wird ihm, der einst aufgrund seiner ländlichen Herkunft als Krautjunker belächelt wurde, von allen Seiten höchstes diplomatisches Geschick konstatiert. Ein Lob, das auch König Wilhelm I. zu Ohren kommt und schließlich am 8. Oktober 1862 zur Ernennung Bismarcks zum preußischen Ministerpräsidenten und Minister des Auswärtigen führt. Auch in seinem neuen Amt lässt Bismarck keine Zweifel an seiner monarchistischen Gesinnung aufkommen. Vehement setzt er sich in einer Auseinandersetzung mit liberalen Parlamentsmitgliedern, in der es um den Militärhaushalt geht, für die Rechte der Krone ein. Innenpolitisch weitet er damit, den Heeres- und Verfassungskonflikt der Preußen seit einiger Zeit zu schaffen macht, weiter aus. Besonders seine sogenannte Blut- und Eisenrede, die er am 30. September 1862 vor der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses hält, schürt die innenpolitischen Auseinandersetzungen. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut, heißt es darin. Was Bismarck als patriotischen Appell gemeint hatte, wird sofort als Kriegstreiberei ausgelegt und ihm von seinen Gegnern schwer angelastet. Doch außenpolitisch kann er durch kluge Schachzüge glänzen. Zunächst sorgt er dafür, dass Preußen Russland im Polenaufstand unterstützt. Danach kämpft Preußen gemeinsam mit Österreich im deutsch-dänischen Krieg um die Zugehörigkeit von Schleswig und Holstein zum Deutschen Bund und schließlich stellt sich Bismarck 1866 gegen Österreich, um die Auflösung des Deutschen Bundes zu erreichen, was ihm auch gelingt. Die Schlacht bei Königgrätz bringt die Entscheidung für Preußen, dass von diesem Zeitpunkt an die Vorherrschaft über Norddeutschland hat. König Wilhelm ist zufrieden mit Bismarck und belohnt seinen erfolgreichen Minister mit 400.000 Talern und der Ernennung zum Kanzler des norddeutschen Bundes im Juli 1867. Im selben Jahr kommt es zu Aufständen in Spanien, in deren Verlauf Königin Isabella II. entthront wird. Auf der Suche nach einem Nachfolger fällt die Wahl auf den deutschen Prinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen. Dieser reagiert zunächst zurückhaltend, lässt sich aber schließlich von Bismarck überreden, 1870 offiziell als König von Spanien zu kandidieren. Für Kaiser Napoleon III. von Frankreich ein Affront. Unter keinen Umständen kann er dulden, dass ein deutscher Prinz den spanischen Thron besteigt. Umgehend schickt er deshalb seinen Gesandten, Graf Benedetti, zum preußischen König Wilhelm, der zu dieser Zeit gerade zu einem Kuraufenthalt in Bad Ems weilt. Die Forderung Frankreichs ist eindeutig. König Wilhelm soll versichern, dass der Prinz seine Kandidatur zurückziehe und dass das Haus Hohenzollern auch zu keinem späteren Zeitpunkt Ansprüche auf den spanischen Thron geltend machen werde. Als Bismarck durch ein Telegramm, das ihm sein Mitarbeiter Heinrich Abeken zukommen lässt, über die Forderung Frankreichs in Kenntnis gesetzt wird, nutzt er die Gunst der Stunde. Schnell sorgt er dafür, dass noch am selben Tag eine Sonderausgabe der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung erscheint, in der in stark gekürzter und von Bismarck redigierter Form die Emser Depesche abgedruckt wird. Nachdem die Nachrichten von der Entsagung des Erbprinzen von Hohenzollern der kaiserlich-französischen Regierung von der königlich-spanischen amtlich mitgeteilt worden sind, hat der französische Botschafter in Ems an seine Majestät den König noch die Forderung gestellt, ihn zu autorisieren, dass er nach Paris telegrafiere, dass seine Majestät der König sich für alle Zukunft verpflichte, niemals wieder seine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur wieder zurückkommen sollten. Seine Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den französischen Botschafter nochmals zu empfangen und demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, dass seine Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe. Frankreich reagiert brüskiert. Wie konnte man es wagen, einen französischen Botschafter derart bloßzustellen? Unverzüglich folgt die Kriegserklärung gegen Preußen. Bismarcks Plan ist aufgegangen. Da nicht Preußen, sondern Frankreich den Krieg erklärt hat, können die süddeutschen Staaten schnell als Bündnispartner gewonnen werden. Frankreich ist isoliert. Nach Siegen bei Weißenburg, Wörth und Spichern gibt schließlich die Schlacht bei Sedan den Ausschlag für die Kapitulation der Franzosen am 2. September 1870, bei der Kaiser Napoleon III. in preußische Gefangenschaft gerät. Ungehindert rücken die deutschen Truppen nun nach Paris vor. Auf heftiges Drängen Bismarcks erklärt sich der preußische König Wilhelm I. schließlich bereit, sich zum deutschen Kaiser krönen zu lassen. Es ist der 18. Januar 1871. Der Ort, der Spiegelsaal von Versailles. Für die Franzosen eine Demütigung und für Bismarck der Beweis für die Bedeutung Preußens in Europa. Als Lohn für sein taktisches Kalkül wird Bismarck im März 1871 auf dem ersten deutschen Reichstag zum Reichskanzler ernannt und in den erblichen Fürstenstand erhoben. Außerdem erhält er den Sachsenwald als Dotation, wo später sein Landsitz Friedrichsruh entsteht. Frankreich kommt der verlorene Krieg teuer zu stehen. Im sogenannten Frankfurter Frieden werden das Elsass und Teile Lothringens dem deutschen Reich zugesprochen. Außerdem muss eine Kriegsentschädigung von 5 Milliarden Franc an Deutschland entrichtet werden. Von außen wird die Stärkung Preußens skeptisch beäugt. Umso wichtiger ist es für den Reichskanzler Bismarck vorsichtig und betont friedlich aufzutreten. Sein Ziel ist es, ein umfassendes Bündnissystem zu schaffen, das die Vormachtstellung Preußens dauerhaft sichert. So wird 1873 das sogenannte Drei-Kaiser-Bündnis geschlossen, das das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Russland zu Partnern werden lässt. Die Einigung, die Bismarck außenpolitisch gelingt, bleibt ihm innenpolitisch versagt. Die Reichsverfassung, die er 1871 verkündet, kann lediglich als Kompromiss zwischen dem Reichstag und dem Bundesrat gesehen werden. Während der Reichstag aufgrund des allgemeinen Wahlrechts vorwiegend aus liberalen Mitgliedern besteht, setzt sich der Bundesrat aus Vertretern der 25 Einzelstaaten des Deutschen Reichs zusammen, die sich der monarchisch-föderalistischen Ordnung verpflichtet fühlen. So ist Reichskanzler Bismarck das Oberhaupt einer Regierung, die zwei politische Strömungen mit wenig gemeinsamen Zielsetzungen verfolgt. Zum Eklat kommt es, als Bismarck 1873 die politische Reglementierung des kirchlichen Lebens durchsetzt, da er befürchtet, dass sich die katholische Bevölkerung dem Papst näher fühlt als dem deutschen Kaiser und er darin eine innenpolitische Gefahr wittert, versucht er, die Rechte der Kirche zu beschneiden. Erstmals in der Geschichte kommt es zu einer deutlichen Trennung zwischen Kirche und Staat. So führt Bismarck neben der kirchlichen die standesamtliche Eheschließung und unter anderem das Aufsichtsrecht des Staates über das Schulwesen ein. Die Kirchenfürsten sind erbost über diese Maßnahmen und auch die katholische Bevölkerung will sich diesen neuen Gesetzen nur widerwillig beugen. Die Empörung gipfelt in einem Attentat, das der katholische Böttchergeselle Kullmann am 13. Juli 1874 in Kissingen auf den Reichskanzler verübt. Bismarck wird dabei nur leicht verletzt. Doch nicht nur die Katholiken fühlen ihre Rechte durch die Regierung beschnitten, auch die immer stärker werdenden Arbeiterparteien machen Bismarck das innenpolitische Leben schwer. Als Lassalle und Liebknecht den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverband und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei 1875 zur SAP, zur Sozialistischen Arbeiterpartei, zusammenführen, fürchtet das Bürgertum um seinen Besitz. Bismarck, dem diese politische Strömung zutiefst zuwider ist, versucht gesetzliche Handhabe gegen die SAP zu bekommen und entwirft Horrorszenarien, die von dieser Partei ausgehen könnten. Nachdem ein Attentat auf Wilhelm I. verübt wird, gelingt es Bismarck schließlich ein Gesetz, wieder die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, das sogenannte Sozialistengesetz, im Reichstag durchzubringen. Obwohl von nun an sozialdemokratische Vereine verboten sind und entsprechende Schriften beschlagnahmt werden können, gelingt es nicht, die SAP und die inzwischen gegründeten Gewerkschaften zu zerschlagen. Um die Arbeiterschaft trotzdem von diesen Vereinigungen abzuziehen und für sich zu gewinnen, betreibt Bismarck eine arbeiterfreundliche Sozialpolitik. 1883 wird das erste deutsche Krankenversicherungsgesetz verabschiedet, 1884 das Unfallversicherungsgesetz und 1889 das Gesetz über die Invaliditäts- und Altersversicherung. Doch in dieser Zeit der Unruhe ereignet sich noch etwas anderes. 1888 erleben die Deutschen das sogenannte Drei-Kaiser-Jahr. Nach dem Tod Wilhelms I. besteigt sein Sohn als Friedrich III. den Thron. Aber schon kurze Zeit später stirbt auch er. Nun ist im selben Jahr der dritte Regent an der Macht. Der Enkel Wilhelms I. übernimmt als Wilhelm II. das Zepter. Zunächst hat Bismarck an dem jungen Regenten wenig auszusetzen. Er ist sich sicher, dass Wilhelm II. wie sein Großvater an ihm als Reichskanzler und treuem Berater festhalten würde. Doch der junge Wilhelm will eigene Entscheidungen treffen und sich nicht von Bismarck vorschreiben lassen, was richtig und falsch ist. Am 18. März 1890 entlässt Wilhelm II. Otto von Bismarck nach 23 Jahren als Reichskanzler. Dieser ist am Boden zerstört. Denn das Entlassungsgesuch, das er selbst eingereicht hatte, war als Drohgebärde gegen den jungen Regenten gemeint. Ein Machtmittel, wie er es auch bei dessen Großvater Wilhelm I. regelmäßig eingesetzt hatte, wenn dieser nicht seiner Meinung war. Dass der junge Kaiser ernst machen und ihn wirklich entlassen würde, damit hatte Bismarck nicht gerechnet. Auch die offizielle Versöhnung 1894 kann die Kluft, die ab diesem Zeitpunkt zwischen Bismarck und Wilhelm II. besteht, nicht mehr schließen. Zurückgezogen auf seinem Landsitz Friedrichsruh verbringt Otto von Bismarck seinen Lebensabend bis zu seinem Tod am 30. Juli 1898, gequält von der innenpolitischen Niederlage, den Aufschwung der sozialistischen Bewegung trotz aller Anstrengung nicht verhindert zu haben. Denn bei Bismarcks Entlassung ist die SAP nicht nur in der Regierung vertreten, sie ist nach der Wahl im Februar 1890 sogar die stärkste Partei. Doch trotz seiner eigenen negativen Einschätzung der Lage überlebt sein Reich den Ersten Weltkrieg und zerbricht erst am Größenbahn der Nationalsozialisten. Seine sozialpolitischen Reformen hingegen haben bis heute Fortbestand und waren der Grundstein für den Sozialstaat Deutschland. ... in die Hand nimmt. 23 Jahre lang hatte Bismarck das Deutsche Reich mit aller Strenge und Kraft regiert. Ihm ist letztlich die Einigung Deutschlands zu verdanken und seine Spuren finden sich noch heute zum Beispiel im deutschen Sozialsystem. Am 1. April 1815 kommt Otto Eduard Leopold als viertes Kind von Karl Wilhelm Ferdinand von Bismarck und seiner Frau Luise Wilhelmine in Schönhausen bei Magdeburg zur Welt. Die Kindersterblichkeit ist groß in jenen Jahren. Nur Otto, der fünf Jahre ältere Bruder Bernhard und die zwölf Jahre jüngere Schwester Malwine erreichen das Erwachsenenalter. Vater Karl stammt aus einem alten preußischen Adelsgeschlecht, das seit Jahrhunderten in der Altmark ansässig ist. Die Mutter ist in einer gutbürgerlichen gelehrten Familie aufgewachsen und stark von der liberalen Gesinnung ihrer Eltern geprägt. Als Otto sechs Jahre alt ist, kommt er auf eine Schule nach Berlin. Er genießt eine fundierte, aber strenge Ausbildung, die von preußischer Disziplin und Gehorsam geprägt ist. Nach seinem Schulabschluss 1832 beginnt er in Göttingen Jura zu studieren, doch schon ein Jahr später wechselt er an die Universität in Berlin, wo er 1835 sein erstes Staatsexamen absolviert. Nach einem Referendariat am Königlichen Staatsgericht in Berlin wird der junge Bismarck 1836 als Regierungsreferendar in Aachen vereidigt. Aber die Arbeit macht ihm keinen Spaß. Darüber hinaus leidet er unter Heimweh. So lässt er sich schließlich wegen Unwohlseins beurlauben. Doch als sich die genehmigte Urlaubszeit dem Ende zuneigt, denkt Bismarck gar nicht daran, nach Aachen zurückzukehren. Eigenmächtig und ohne seine Arbeitgeber zu informieren, überzieht er seine Ferien, was schließlich zu seiner Entlassung führt. Aber Otto von Bismarck hat Glück. Er kann sein Referendariat in Potsdam fortsetzen, ohne dass ihm durch sein leichtsinniges Verhalten ein Nachteil entsteht. Da die trockene Aktenarbeit ihn aber nach wie vor nicht ausfüllt und er im Laufe der Zeit eine regelrechte Aversion gegen die einengende Bürokratie und den monotonen Rhythmus der Juristerei entwickelt, bricht er bereits sechs Monate später auch in Potsdam seine Ausbildung ab. Stattdessen meldet er sich als einjährig Freiwilliger zum Militärdienst. Als 1839 Bismarcks Mutter stirbt, kehrt er nach Hause zurück und übernimmt zusammen mit seinem Bruder Bernhard die Bewirtschaftung der elterlichen Güter Kniephof, Küls und Jarchelin in Pommern. Nun ist Otto von Bismarck glücklich. Er liebt es, viel Zeit in der Natur zu verbringen, mit Freunden zu feiern und auf die Jagd zu gehen. Schnell erhält er den Beinamen der Wilde. Als nach einigen Jahren der Vater stirbt, zieht Otto nach Schönhausen und übernimmt 1846 die Verwaltung des dortigen Landsitzes. Er verliebt sich in die Gutsbesitzerstochter Johanna von Puttkammer und heiratet sie 1847. Im selben Jahr startet der inzwischen 32 Jahre alte Otto von Bismarck auch seine politische Karriere. Als ein Abgeordneter erkrankt, rückt er als dessen Stellvertreter in den Vereinigten Preußischen Landtag nach. Schnell wird deutlich, dass sich Bismarck voll und ganz seiner preußisch-monarchischen Herkunft verpflichtet fühlt und liberale Tendenzen ihm zuwider sind. Diese Abneigung tut er bei jeder Gelegenheit kund. Wo es geht, verspottet und beschimpft er öffentlich seine politischen Gegner. Regelmäßig rufen seine impulsiven Reden im Landtag lautstarke Proteste hervor. Als sich im April 1848, nach diversen Unruhen im Lande, der zweite Vereinigte Preußische Landtag formiert, zieht Bismarck als ordentlicher Abgeordneter dort ein. Schon drei Jahre später, im Juli 1851, geht der ehrgeizige Politiker zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern, Marie und Herbert, als preußischer Gesandter an den Bundestag nach Frankfurt am Main. Hier verfolgt er das Ziel, die Gleichstellung Preußens mit der Präsidialmacht Österreich zu erreichen. Doch schon bald muss er erkennen, dass die Österreicher kein Interesse daran haben, ihre eigene Vormachtstellung zugunsten der Preußen aufzugeben und stattdessen lieber Bündnisse mit südeuropäischen Staaten schließen. Obwohl er mit seinem politischen Ziel scheitert, profitiert Bismarck von der Frankfurter Zeit. Von den österreichischen Abgeordneten lernt er die Kunst der Diplomatie. Sowohl die Redekunst, die die Schüler Metternichs perfekt beherrschen, als auch das Spinnen von Intrigen geht ihm schnell in Fleisch und Blut über. Als er 1859 als Gesandter hatten, sind die Menschen empört. Sie sind überzeugt, das Recht auf ihrer Seite zu haben, auch in der Frage der Sklaverei. Für sie ist der Republikaner Abraham Lincoln als Präsident eine Provokation und der Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen bringt. Schon zuvor waren die Spannungen gewaltig. Denn der Norden lebt vor allem von der Industrie und will sich vor der Konkurrenz aus Europa durch hohe Zölle schützen. Der Süden dagegen hat kaum Fabriken, baut aber auf gewaltigen Plantagen riesige Mengen von Baumwolle, Zucker und Tabak an, die dank des Freihandels in alle Welt exportiert werden. Zollschranken bedrohen diese Ausfuhren und ein Verbot der Sklaverei würde die Gesellschaftsstruktur des Südens völlig zerstören. Die Spaltung ist für viele Südstaatler die einzig mögliche Konsequenz. Elf Bundesstaaten sagen sich von der Union los und gründen die Konföderierten Staaten von Amerika. Ihr Präsident wird Jefferson Davis. Schnell werden die Kasernen der Bundestruppen besetzt, eigene Milizen aufgestellt und bewaffnet. Es kommt zu ersten Gefechten. 1861 beginnt der amerikanische Bürgerkrieg mit einem Kanonenschuss. Im April greifen Truppen des Südens Fort Samter an und zwingen den Kommandanten zur Übergabe der strategisch wichtigen Festung an der Atlantikküste. Präsident Lincoln reagiert und schickt Truppen, um zurückzuschlagen. Im Süden ist man überzeugt, in diesem Krieg gute Chancen zu haben, auch wenn die Zahlen eine andere Sprache sprechen. Der Norden hat dreimal so viele Einwohner und zieht immer mehr Einwanderer an. Außerdem ist dort die Industrie konzentriert. Das heißt, die Union kann in Eigenregie fast unbeschränkt Gewehre, Kanonen, Munition und Uniformen herstellen, während die Konföderierten alles, was sie brauchen, entweder erobern oder kaufen müssen. Zunächst werden sie von England unterstützt. Die Fabriken in Europa benötigen die Baumwolle der Südstaaten und außerdem ist England der Aufstieg der Nordstaaten unheimlich. Es will keinen Konkurrenten mit Großmachtanspruch. Deswegen unterstützt die britische Krone den Süden mit Waffenlieferungen. So scheint der Süden zu Beginn des Krieges vor einem Sieg zu stehen. In den ersten Schlachten treffen die hochmotivierten Milizarmeen des Südens auf eher lustlose und undisziplinierte Truppen des Nordens. Sie dringen bis in Sichtweite des Kapitols vor. Erst direkt an der Stadtgrenze von Washington werden sie gestoppt. Der überzeugte Pazifist Lincoln wird zum Schlachtenlenker. Er treibt seine Generäle an, die Truppen des Südens zurückzuschlagen. In einer gewaltigen Anstrengung wird die US-Industrie auf Kriegswirtschaft umgestellt. Neuartige Waffen wie Maschinengewehre und stählerne, zielgenaue Kanonen wandern an die Front und sorgen dafür, dass die Gefechte in Blutbädern enden. Zwei Jahre lang ringen die beiden Kriegsparteien um jeden noch so winzigen Vorteil, halten sich aber die Waage. Dazu trägt im Süden vor allem der Oberkommandierende General Robert E. Lee bei, der beste Stratege Amerikas. Mit immer neuen Tricks und überraschenden Feldzügen täuscht er immer wieder den materiell weit überlegenen Gegner, der aber durch innenpolitische Reibereien geschwächt ist. Denn nicht alle Generäle sind mit der Kriegführung Linkens zufrieden. Der Präsident hebt einen Teil der Bürgerrechte auf und lässt tausende von kritischen Bürgern einsperren, was zu großen Diskussionen führt und die Moral der Soldaten merklich schwächt. Erst 1863 kommt die Wende. Im Juli treffen die Streitmächte des Südens und des Nordens bei Gettysburg aufeinander, einem zuvor völlig unbekannten Dorf im ländlichen Pennsylvania. Drei Tage lang tobt die Schlacht. Zunächst scheinen die Truppen des Südens im Vorteil zu sein, nur mit äußerster Anstrengung und unter gewaltigen Verlusten kann die Union einige wenige strategische Punkte halten, bis Verstärkung kommt. General Lee befürchtet schließlich, dass er vom Nachschub abgeschnitten werden könnte und zieht sich in den Süden zurück. Auf dem Schlachtfeld bleiben mehr als 7000 Tote und ungezählte Verwundete zurück. Es soll das letzte Mal sein, dass die Truppen des Südens in den Norden vordringen. Gettysburg bricht den konföderierten Armeen das Rückgrat. Von jetzt an sind sie nur noch auf dem Rückzug und kämpfen zunehmend verzweifelt. Nach der Schlacht von Gette ständig von Sklaven umgeben. Öffentlich jedoch positioniert er sich zunehmend als radikaler Gegner der Sklaverei. So wettert er im Landesparlament, es ist eine Institution, die auf Ungerechtigkeit und einer schlechten Politik beruht. 1846 wird Lincoln für eine Legislaturperiode als Abgeordneter der Republikaner in das amerikanische Repräsentantenhaus geschickt. Er ist dort ein Hinterbänkler ohne großen Einfluss, sorgt aber immer wieder für Aufsehen. Als die USA 1848 gegen Mexiko in den Krieg ziehen, spricht er sich in einer eloquenten Rede gegen den Feldzug aus. Voller Sarkasmus schreibt er über die Ambitionen von Präsident Polk, er will militärischen Ruhm, diesen wundervollen Regenbogen, der nur über Schauern von Blut aufgehen kann. Mit solchen pazifistischen Ansichten macht sich der Anwalt aus Illinois nicht nur Freunde. Immerhin wird der Krieg gegen Mexiko von der breiten Mehrheit der patriotischen Bevölkerung getragen und zahlt sich für die USA aus. Nach dem überwältigenden militärischen Sieg können die Vereinigten Staaten ihr Territorium verdoppeln. Riesige Gebiete wie Arizona und Kalifornien werden erobert. Als Kriegsgegner steht Lincoln das erste Mal in seinem Leben im politischen Abseits. Als er wieder zurück nach Illinois kommt, scheitert er zweimal bei dem Versuch, sich zum Senator wählen zu lassen. Dazu kommen Schulden, da er wegen seines politischen Engagements die Arbeit in der Anwaltskanzlei vernachlässigt hatte. Plötzlich muss die Politik zurückstehen. Alle Energie fließt in den Beruf, in dem er auch schnell wieder Erfolge feiert. Aber die Fälle, die der Anwalt wie am Fließband abarbeitet, zehren an seinen Kräften. Der inzwischen 50-Jährige fühlt sich ausgelaugt. Eine Reise an die Ostküste bringt neue Energie und motiviert ihn dazu, wieder in die Politik einzusteigen. Die nächste Präsidentschaftswahl steht bevor und die Republikaner haben keinen Kandidaten. Einige Parteifreunde aus New York erinnern sich plötzlich an den Anwalt aus Illinois und laden Lincoln ein, in der Stadt zu sprechen. Dieser hat zunächst keine Lust. Doch als man ihm 200 Dollar bietet, lässt er sich überreden. Die Reden sind ein voller Erfolg. Als sich Lincoln in deutlichen Worten gegen die Sklaverei und die drohende Abspaltung der Südstaaten vom Rest der USA wendet, müssen immer größere Hallen gebucht werden, um dem riesigen Interesse gerecht zu werden. Lincoln beschwört die Gefahr für den Zusammenhalt des Landes, wenn die Südstaaten an der Sklaverei festhalten. Ein Haus, das in sich geteilt ist, kann nicht stehen. Ich bin überzeugt, dass unser Land und seine Regierung nicht bestehen können, wenn es zur Hälfte die Sklaverei will und zur anderen Hälfte die Freiheit. Die Union darf sich nicht auflösen. Das Haus darf nicht einstürzen. Die Spaltung muss enden. Das Publikum im liberalen New York ist begeistert, während man im Süden der Vereinigten Staaten den Kopf schüttelt und Hassbriefe gegen Lincoln schreibt. In der Partei ist man von den Reden überzeugt. Schließlich setzen die Republikaner auf den Zusammenhalt aller Staaten in der Union und sind überzeugt, dass ein Ausscheren des Südens eine Katastrophe wäre, die mit allen Mitteln verhindert werden muss. Plötzlich ist aus dem frustrierten und gescheiterten Möchtegern-Senator der aussichtsreichste Kandidat der Republikaner für das Präsidentenamt geworden. Bei einem Auftritt in einer stürmischen Nacht in New York wollen schließlich 2000 Menschen den Mann aus Illinois hören. Die Rede Lincolns wird wieder ein voller Erfolg. Lincoln gelang es mit seiner Rede, die Zuhörerschaft für zwei Stunden zu fesseln. Anschließend brach im Saal tobender Applaus aus, schreibt einer der Zuhörer. Nach seinen Auftritten in New York beginnt Lincoln den ersten modernen Wahlkampf der USA. Er reist mit der Eisenbahn Kreuz und quer durch die Nordstaaten von Stadt zu Stadt und spricht in Kirchen, Konzertsälen, auf Straßen und Plätzen. Danach setzt er sich in einer Stichwahl gegen einen weiteren Kandidaten durch und geht schließlich offiziell für die Republikaner in das Rennen um die Präsidentschaft. Seine Gegner von den Demokraten haben keine Chance. Ihre Partei ist in der Frage der Sklaverei zerstritten und verschleißt sich in internen Grabenkämpfen. Deswegen wählt die Mehrheit der Amerikaner am 6. November 1860 Abraham Lincoln ins Weiße Haus. Der Sieg Lincolns ist jedoch teuer erkauft. In den Südschiesburg wendet sich der Kriegsverlauf zugunsten des Nordens, was Lincoln durchaus bewusst ist. Er reist zum Schlachtfeld nach Pennsylvania, um bei der Einweihung des Soldatenfriedhofes zu sprechen. Es wird die berühmteste Rede des Präsidenten. Unsere Vorväter gründeten auf diesem Kontinent eine neue Nation. In Freiheit und unter der Prämisse, dass alle Menschen als gleiche erschaffen wurden. Jetzt sind wir in einem gewaltigen Bruderkrieg engagiert, in dem es darum geht, ob eine solche Nation, die sich diesen Zielen gewidmet hat, überleben kann. Wir stehen auf dem gewaltigen Schlachtfeld dieses Krieges und sind gekommen, um einen Teil dieses Feldes, und denen als letzte Ruhestätte zu widmen, die ihr Leben gegeben haben, damit unsere Nation leben möge. Lincoln verspricht den Vereinigten Staaten nach dem Sieg über den Süden eine Neugeburt in Freiheit. Als er in seiner Rede die Nation auffordert, weiter zu kämpfen, damit das Opfer der tausend Toten nicht umsonst war, bricht immer wieder Applaus aus, wie ein Korrespondent der New York Times notiert. Doch es dauert noch zwei Jahre, bis der Süden kapituliert. Am Ende müssen die Truppen der Konfederierten aufgeben. Sie haben kaum noch Soldaten und Gewehre. Die Truppen kämpfen schon längst nicht mehr in Uniform, sondern in Lumpen. Sie sind völlig demoralisiert. Abraham Lincoln hat seinen Truppen eine Strategie der verbrannten Erde erlaubt. Soldaten des Nordens ziehen plündernd durch den Süden und zerstören Plantagen, Häfen und Städte. Der Süden hat dem nichts mehr entgegenzusetzen. Am 9. April 1865 kapituliert der konfederierte Oberbefehlshaber Robert E. Lee in Virginia und nimmt eine letzte Parade seiner Soldaten ab. Viele von ihnen haben Tränen in den Augen. Fünf Tage später, am Karfreitag des Jahres 1865, ist Washington in Feierstimmung. Nach vier Jahren Krieg und 600.000 Toten ist das Gemetzel vorbei. Der Norden hat gesiegt. Die Menschen strömen erleichtert in die Restaurants, Cafés und in die Oper. Der Präsident selbst, der gerade erst seine zweite Amtszeit angetreten hat, geht mit seiner Frau ins Theater. In der Anonymität seiner Loge will er entspannen. Jetzt, nachdem der Druck des Feldherren von ihm abgefallen ist. Nur ein Leibwächter begleitet ihn. Schließlich ist der Krieg vorüber. Als der Leibwächter eine Runde durch die Gänge macht, schleicht sich ein Schauspieler in die Präsidentenloge. John Wilkes Booth hat schon zuvor mit anderen Sympathisanten des Südens versucht, Lincoln zu entführen, wenn auch vergeblich. Jetzt sieht er die Chance zur Rache. An einer Stelle des Theaterstückes, an der das Publikum laut zu lachen beginnt, zieht er eine Pistole. Mit einem einzigen Schuss in den Kopf streckt er den völlig überraschten Abraham Lincoln nieder. Im Theater bricht Panik aus. Der Attentäter nutzt die Verwirrung und springt von der Loge auf die Bühne. Dabei bricht er sich ein Bein, kann aber humpelnd entkommen. Doch wenige Tage später wird er von Soldaten gestellt und bei einem kurzen Gefecht erschossen. Abraham Lincoln ist tödlich verwundet. Er erwacht nicht mehr aus dem Koma und stirbt am frühen Morgen des 15. April 1865. Die Nation ist geschockt. Seine Leiche wird in einem Sonderzug nach Illinois gebracht. Überall versammeln sich riesige Menschenmassen, um von dem Mann Abschied zu nehmen, der die Sklaverei abgeschafft und die Nation erhalten hat, wenn auch um den Preis eines blutigen Krieges. Lincoln wird neben dem Gründervater der Nation, George Washington, zum wichtigsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Er gilt als Vorreiter der Bürgerrechtsbewegung und symbolisiert für viele Amerikaner Gerechtigkeit, Unbestechlichkeit und Würde. Unzählige Straßen, Städte und Landkreise werden nach ihm benannt und eines der wichtigsten Denkmale der Hauptstadt Washington ist ihm gewidmet. Otto von Bismarck 1815 bis 1898 Der Lotse geht von Bord, kommentiert eine Londoner Zeitung die Entlassung des eisernen Kanzlers Otto von Bismarck, als dieser 1890 von der politischen Bühne abtritt und der junge Kaiser Wilhelm II. das Ruder des Staatsschiffes selbst. Abraham Lincoln 1809 bis 1865 12. Februar 1809 Die jungen Vereinigten Staaten von Amerika sind im Aufbau. Das Land beginnt am Atlantik und endet in den Appalachen, noch weit vom Mississippi, den Rocky Mountains und dem Pazifik entfernt. Die westliche Grenze der USA verläuft durch Bundesstaaten wie Kentucky. Dahinter ist Wildnis, in die sich nur Indianer und einige wagemutige Forscher und Fallensteller wagen. In diesem Grenzgebiet kommt in einer Holzfütte Abraham Lincoln zur Welt. Sein Vater Thomas ist ein kleiner Farmer, der einer Baptistengemeinde angehört, die sich energisch für die Freiheit des Einzelnen einsetzt und gegen die Sklaverei wendet, die vor allem im Süden der Vereinigten Staaten verbreitet ist. Schon als Kind erlebt der junge Abraham lange Abende mit, bei denen der Vater und seine Freunde gegen das Übel der Sklaverei schimpfen und über eine Welt philosophieren, in der kein Mensch einen anderen besitzen darf und jeder seinen Lebensunterhalt mit seiner eigenen Hände der Arbeit verdient. Thomas Lincoln bewirtschaftet seine Felder selbst und erwirbt damit bescheidenen Wohlstand und den Respekt seiner Mitmenschen, die ihn immer wieder auffordern, ein politisches Amt in seiner Gemeinde zu übernehmen. Nach einem Rechtsstreit um Ansprüche auf das Land muss die Familie die Farm in Kentucky verlassen. Abraham ist da gerade sieben Jahre alt. Die Linkens lassen sich schließlich im Bundesstaat Illinois nahe der großen Seen nieder, einem Staat, in dem die Sklavenhaltung verpönt ist. Nur zwei Jahre später stirbt Abrahams Mutter. Der Vater findet schnell eine neue Frau. Sie bringt einen Sohn mit in die Ehe, behandelt Abraham aber wie ihr eigenes Kind. Später schreibt sie, es waren zwei großartige Kinder, aber ich muss gestehen, jetzt wo sie beide tot sind, Abraham war der beste Junge, den ich je sah oder sehen werde. Auf eine Schule geht A.B., wie ihn seine Freunde bald nennen, nur 18 Monate. Das reicht, um Grundzüge des Lesens und Schreibens zu lernen. Den Rest bringt er sich selbst bei. Unermüdlich arbeitet er sich durch Bücher, verschlingt die Bibel ebenso wie die Werke von Shakespeare oder Geschichtsbücher. Die Nachbarn wundern sich oft über den jungen Mann und sein zurückhaltendes Wesen. Anders als seine gleichaltrigen Freunde hat er überhaupt nichts für vermeintlich männliche Beschäftigungen wie Jagen oder Fischen übrig. Ihm ist das Töten von Tieren zuwider. Auch die allgegenwärtigen Kämpfe gegen Indianer in den Grenzgebieten stoßen ihn ab. Doch er ist kein Schwächling. Als er erwachsen wird, ist Abraham Lincoln 1,92 Meter groß und überragt damit seine Mitmenschen deutlich. Der belesene junge Mann erregt allmählich Aufsehen. Nachbarn ermutigen ihn, sich bei der nächsten Wahl für das Landesparlament von Illinois aufstellen zu lassen. Im Wahlkampf engagiert er sich für Verkehrsprojekte. Er will Dampfschifflinien einrichten, um entlang der großen Flüsse Siedlungen aufzubauen, das Land zu erschließen und die Siedler in den entlegenen Gegenden besser versorgen zu können. Das macht Eindruck auf die Wähler. Im Alter von 23 Jahren ist er Abgeordneter. In sein Tagebuch schreibt er, kein anderer Erfolg in meinem Leben hat mir bisher solche Genugtuung verschafft. Die Tätigkeit im Parlament von Illinois ist allerdings nur ein Ehrenamt. Geld verdient Lincoln damit nicht. Deswegen versucht er sich als Geschäftsmann und verschafft sich unter anderem eine Lizenz für den Verkauf von Alkohol. Doch der Schnapsladen wirft nicht allzu viel ab. und das Alkoholgeschäft ist nicht besonders hoch angesehen. Er hat Angst, dass es seiner politischen Karriere schaden könnte und beginnt mit einem Jura-Selbststudium und wird Anwalt. Er ist überzeugt, dass dieser Beruf einen sozialen Aufstieg für ihn, den Farmersohn, darstellt. Seine Kollegen im Parlament sehen das genauso. Und auch die Wähler honorieren ihn. Bei allen folgenden Wahlen kann er seinen Sitz im Abgeordnetenhaus verteidigen. Zu dieser Zeit macht Abraham Lincoln alles richtig. In der Stadt Springfield wird er Partner in einer respektablen Anwaltskanzlei. Er vertritt unter anderem die aufstrebenden Eisenbahngesellschaften und verdient dabei viel Geld. Sein sicheres Einkommen ermöglicht es ihm schließlich, eine Familie zu gründen. Im Alter von 33 Jahren heiratet er Mary Todd, die aus einer der reichsten Familien Kentuckys stammt. Das Pikante, die Familie Todd hält eine große Anzahl von Sklaven und bei Besuchen der Verwandtschaft in Kentucky sind Blinkens vier Kinder von Sklaven von Sklaven verletzend